Wir als Firma Kuppmann sind seit Beginn der größten Aktion mit dabei, also seit 2004. Eigentlich regelmäßig bis auf eine Ausnahme und wir haben etliche Auszubildende aus dem gewerblichen Bereich dann auch schon bekommen, wir hatten schon Industriemechanikerinnen, wir hatten schon Mechatronikerinnen, Elektronikerinnen und haben damit eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Dass Frauen mal einen Einblick in die Männerberufe bekommen und dass sie sehen, was ich so im Alltag mache. Ein sehr großes Potenzial, da man damit den Mädchen ermöglicht, in die Berufswelt der Männer einen Einblick zu geben. Mir hat eigentlich alles Spaß gemacht, aber der Stifterhalter fand ich am coolsten. Ja, was mir schon immer Spaß gemacht hat, irgendwas Handwerkliches zu gestalten. Ja, ich kann es mir schon vorstellen, da wir ja heute in dem Beruf reinschnuppern konnten und es mir viel Spaß gemacht hat. Gutmann möchte den Mädchen zeigen, was beruflich möglich ist, auch im technischen Bereich. Der Girls Day ist also die perfekte Aktion, um mit dem Klischee der typischen Berufe abzurechnen. Musik 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 Musik